Hey, Willkommen auf Michael Michael Dachers und zwar ich habe mir ein Paket bestellt aus Japan das öffnen wir jetzt gemeinsam Kamera bleibt da Oh, mein Stuhl ist da schon ein bisschen im Arsch Oh, ich habe keine Ahnung was auf den Nessens gesichert ich weiß nur, dass das Paket halt auch nie aus Japan gekommen ist also jetzt nicht von irgendwo Deutschen oder so wie von Polen oder England oder so ist ja von Weed aus Japan gekommen mit Absehneradressen und so ich habe keine Ahnung was da steht weiß ich halt schon Wie gut, dass ich Japanisch kann Davon sind jetzt einige drin das fühl ich mich ein bisschen Maismäßig an also aha müssen wir nachher mal probieren also von denen hier mal zwei vier nein zwei vier sechs sieben Stück von denen hier und mit der Prüfung ups und das und das oh, sogar Fußball da passt doch schon mal einfach rein Fußball ich habe keine Ahnung was das ist da machen wir es auf riecht halt so riecht halt so ähm wie heißen die so mit Mais dieser meistens nämlich der Hund oben und so dieser ne hört nicht durch nur süßes ähm naja es ist echt Glück von dem Mais Maisstrangengaben süß halt hm so vielleicht sind die gar nicht muss man sagen ja ja kaunen n ich meine es aber kaunen n mhm das nächste hier ist das hier schaut irgendwie nach Schoko oder sowas aus also nach demnach schaut es sehr nach Schoko aus aber ich fühle mich nicht wie Schoko an aber vermute man es immer schon mit Kakao uuuh ne ah das ist so ein Müsse oder so ein Mais halt ich meine es auch japanisch muuuuua PUMM GUMMI PAH keine Ahnung dann haben wir hier noch ein ich vermute man Gummimüsse mit so süßigkeiten mit Gummimüsse da ist ein Regenbogen drauf und ein Bärchen soo soo der Geschmack kommt nur bekannt vor mit aber so geil irgendwie irgendwas mit dem Polizeifrosch hier aber ob mir das sympathisch ist weiß ich zwar nicht aber schreibe mir hier kein Fockeln auf da steht irgendwas auf japanisch drauf keine Ahnung kann ich nicht lesen jao kommen wir zum Glück im nächsten wenn das so Pizzatasche hinter unserem Glückskeks wie gerade so Glückskeks nicht aber ja ich weiß nicht ich will das mal jetzt kann man können kann man nehmen und und das sieht noch so sieht noch so als auch so Reiskräter aus so irgendwie so was da ist ein da ist ein weiß ich meistens etwas mit dem Kekl oben ja also hm ich vermute man es was Kaukumbi ist aber also das verinnert mich an andere Sachen was man auch in Deutsch bekommt vom Arzt oder vom Apotheker bei Nebenwirkungen fragen sie den Arzt oder Apotheker dieser Geschmack also ich probiere jetzt noch eins um zu testen aber das schmeckt ohne Scheiß irgendwie geht es in die Richtung das schmeckt also wenn du jetzt Kondome auspackst diese Flüssigkeit das da drin ist so richtig so schmeckt das wie das riecht uuuu das hekt aber es ist halt so ja was ist das was ist das was ist das ist das irgendein Teil sind das Kaugummi Zigaretten A B C D E F G H das sieht aus wie Kaugummi Zigaretten das ist irgendwas mit Schoko das ist wie gut das ich japanisch kann immer noch also es könnte eine Angeklärung sein eins zu eins aber guck dir mal diese diese Pilchen was oben sind drauf an Digga was ist da los das ist irgendwas mit Curry das weiß ich Curry ist irgendwas als ein Curry dabei Curry ist aber geil Curry ist aber geil uuuu 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 auch mit Gummibärchen Cola uuuu 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 Oh, irgendwas Kleines? Das sind aber jetzt Kaugummensigaretten, also wen willst du hier besteißen? Das sind Kaugummensigaretten. Oder? Hast du Kaugummensigaretten? Oder hat die Mägler eine andere Scheiß im Weg? So was runter? Ne, oder? Das ist ein Kacke. Das klingt jetzt bei uns cool, als wenn du da wirklich Fuß rauskommst. So staub. Oh, warum schaut das aus wie Scheiße? Sieht ja schon aus wie Scheiße, oder? Ich will die Scheiße fressen. Warum schaut das wie eine kacke Bananen aus? Und alles seine Zellengeschmack of woher? Der ist immer viel falsches aus, okay. Bei allem mal классische was. alles mehr in den Kuchen hier ooooh hier noch mehr vom Maisbällchen warum ist hier so ein Arbeitsamt? oh wow, Arbeitsamt, sag dir was weil, das schaut doch aus das Arbeitsmarkt das Arbeitsmarkt so ist ein Luggeräusch auf dem Dreieck einfach Trostbrot danke, 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 dass du mir Trostbrot schickst danke, fürs Trostbrot ui Pits, Salz, Potato Snacks ich geh noch mit da drauf da steht übrigens noch auf Englisch drauf ich hab ein ich glaub, das ist ein Taubstück eh wohl hier hinten oben wenn ihr das beim Pokémon-Fan sieht schreibt es in die Kommentare uuuh boah, das ist geil ooooh das ist das Eis so muss ich das Eis machen das ist mit Wasser machen dann wollte ich immer mal probieren das ist nicht geil, das ist so das ist so dumm boah, ich hab alles kaputt gemacht das ist so falsch das ist so gut drin und du siehst das nicht im Kauern lassen oh, das ist noch geil juhu, ich hab mehr Puntepillen du siehst dumm m Account du siehst du Aktien auch super guad budget hihihi so katt diefalchern mir 結end aaaah ich llume den Apfel flippen du meins glossy einfach ein guter fleck das ist herbe geschmack und das das gibt es gerade nachher wollen ja diese menschen sind immer geil drauf egal ich krieg hier so die blüchen sind so stäbchen in so barrio steak geschmack das ist geil das sind ich hoffe mal dass sie dank das mal gucken ob ich das zeigen darf das ist das 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 war's für heute.